ja hallo taschenmesser freundin herzlich willkommen zum neuen video heute wieder schön auf der durchreise ein cooles pro tech das wir uns mal hier schnell anschauen können das t 501 tactical response 5 auto black handle stonewash blade blade edge 20 jahre geburtstag edition die schachtel und da drin haben wir noch mal in einem kleinen pro tech säckchen das automatik knife hat mit knapp über 18 mm klinge noch kein problem in deutschland dort sind ja erlaubt bis 85 mm automatics wo die klinge zur seite rauskommt was mir gefällt sind diese clips die sind echt cool gemacht schön deep carry und mit schrauben komplett sauber im griff versenkt von der seite steht nichts über also nichts wo man ständig dann irgendwie in der hosenart hängen bleibt wenn ihr massiven backspacer der von der seite aber sie übergelassen wurde schön großes länder oder rest schöner aluminium griffschalen in matt schwarz sicherung messer geht nicht raus sicherung nach hinten ist schön scharfkantig da kann man schön gut greifen hast du doch schöner ein wackelt nicht hin und her und dann feuer frei pro tech hat ja gute starke federn was mir gefällt ist hier die innenseite vom griff diese finger grooves die sind wirklich super ergonomisch auch hier auf der hand vom daumen die daumenauflage ist toll stonewash klinge s35vn das ist ein richtig cooles automatik gdc schön matt schwarz passt schön die starke klinge dazu rastet sauber ein das ist ja immer einfach ein button lock und daneben mit feder das ist schön wenn man sicher gehen will mit sicherung schwarzer die carry clip cooles pro tech super praktisch zum einklappen halt sag ich mal brauchst du zwei hände dafür hast du es schnell griffbereit zum was schneiden auf aber zuklappen gegen den federwiderstand und wieder verriegeln zwei hände ich das ist natürlich schön schön zu spielen das ist wie ein flipper den ganzen abend die klinge auf und zu bis er das ding irgendwann mal um die ohren fliegt cool gefällt mir richtig gut schöne größe pro tech t 501 tactical response 5 auto jetzt sage ich schon mal danke für diese bewerten und kommentieren ciao bis zum nächsten mal macht's gut bye bye